So, heo Leute, willkommen zu Tech City, yo, what, fuck, egal, willkommen Leute, wir sind wieder hier auf dem Server, und das erste Mal mit einem neuen PC bei mir, und ja, ich war vor drei Wochen das letzte Mal hier drauf, circa, und was ist ja passiert? Was ist hier passiert? Christy, öffnest du dich? Hey, was ist hier los? Okay, der läuft nicht. Die kann ich nicht öffnen. Jetzt. Okay, und da hat sich anscheinend jemand, warte, 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 ich weiß nicht. Okay, jetzt, ich weiß nicht, wo das Server liegt, auf jeden Fall, Leute. Morgen gibt's einen Livestream, hierzu, irgendwann, ähm, nicht irgendwann, um 15 Uhr, um ganz genau zu sein, um 15 Uhr kommt ein Livestream, zu Tech City. Und ja, da werden wir da hinten das Red Power Lager weitermachen, also hier auf jeden Fall, was wir in der letzten Folge gemacht haben, die ich vor circa drei Wochen aufgenommen hab. Ich weiss nicht, was hier los ist. Hä, legt der Server, oder was ist los? Also ich lade im Moment gerade auch Planetzeit 2 noch runter im Hintergrund. Kann auch sein, dass wir das morgen noch spielen im Livestream. Am Morgen kommt dann sicherlich Luke City zuerst, an so einem grossen Luke City Livestream. Dann kommt Tech City eben, wie gesagt. Und Planetzeit 2 kommt vielleicht zwischendrin mal, wir werden sehen. Warum hat der hier keine Energie? Okay, der Server, der legt hier und ich. Ich hoffe, das wird morgen besser. Ja, Leute, wir sehen uns morgen, bis dann. Redaktion 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 Redaktion